Siehst du, was meine Robe schön weg magt? Oh, guck mal, den kannst du schicken. Guck mal! Du kannst ihn treten! Was denn? Lauf mal dahin, bitte. Ich seh keinen. Ist ja weg. Hallo und willkommen zurück bei KeepUp Survival. Wir waren jetzt ein paar Tage nicht da. Haben wir nächster Update abgewartet, haben ein paar neue Änderungen. Erstmal begrüße ich natürlich Sogu ganz offiziell. Oh, das war komisch. Du hörst dich an, dass ich ein Gastspieler bin. Ich war selber gerade überrascht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Du meinst ja, weil ich kann den Kickbutton drücken. Das stimmt. Aber gut, das kann ich denn bei einem anderen Spiel wieder. Ja, Update 36. Warte mal, ich will mal ganz kurz sagen, Update 36 war da. Wir haben neue Tiere, und zwar den Leoparden, den wir uns zähmen können. Und wir haben einen Elefanten dazu bekommen, den können wir uns aber wirklich nicht zähmen. Und wir haben ein neues Gebiet, inklusive Ruinen. Die gucken wir uns heute natürlich gleich als erstes an. Ein paar Bugfixes. Wir stehen gerade, wir versinken nicht mehr im Boden. Hatte alles super schön hingekriegt. Ja, sieht voll geil aus. Ja, und guck mal, wenn du rennst, wirbelst du Staub auf. Ja, und die hat jetzt, also, die sieht jetzt aus, also sie sieht echt schön aus. Also vorher war mir die Arpsen so ein bisschen geknickt war, ja, also war mir eigentlich Jacke. Aber jetzt, das ist wirklich perfekt, jetzt so wie sie läuft und so. Also schon schön, schön, schön. So, hier unten haben wir dann das neue Gebiet, was freigegeben wurde. Hier sind die Ruinen. Wir sind derzeit noch hier oben am Schwefelsee. Und machen uns dann so langsam, aber sicher, mal auf den Weg. Und gucken mal, was das alles noch mal gibt. Vielleicht entdecken wir auch gleich die Tiere. Die neuen. Irgendwo. Achso, und das sind mehr Loot-Sachen freigegeben worden. Aber das wussten wir ja, dass das nach und nach kommt. Ah, ich höre schon wieder Türen. Loot-Finger. Hier ist wieder eine Gitarre drin. Kannst du schon eine Gitarre spielen jetzt? Nein. Aber bestimmt nicht, wahr? Nein, bestimmt nicht. Hier ist ein Schuh drin. Den nehme ich mal mit. Weg an, die Schuhe an. Das ist eine Hose. Pants, Cargo, Grey, Female. Ja, ich habe Schuhe an. Weg an. Pants, Cargo, Grey, Female. Geh weg. Oh, neue Haare. Ich nehme mal Haare mit. Haare. Ja, warte mal. Haare. Den gehen wir eigentlich schon. Egal. Oder wir gehen querfeld ein. Hier ist ja noch nicht weiter, ne? Hier ist Schluss. Ja, wir müssen jetzt nach Südwesten eh irgendwie. Gehen wir so. Naja, gehen wir hier lang. Das war letztes Mal. Okay. Oh, guck mal, wir sind Zwillinge. Aber doch, hier versinken wir noch auf dem Weg. Am Gras nicht mehr. Aber auf den Wegen sinken wir noch ein bisschen ein. So, so. Weil es ist doch nur moderig auf dem Weg. So, genau. Treibsand. Moder. Damit kann ich leben. Da fliegt was. Kann man nicht schießen? Wir haben nichts zum Schießen. Die müssen einen jetzt noch ein bisschen auf den Puffer gehen. So, wenn du Krach machst, dann würbelst du so einen Schwarm Raben auf oder so. Und dann weifen die sich an. Und dann musst du sie mit der Fackel anzünden oder so. Okay. Äh, kommt da jetzt noch. Wir werden später alles verfluchen und werden sagen, wie einfach das früher war. Wundertprozentig. Was ist denn vom Blitze getroffen oder irgendwas? Die Witter brauche ich nicht mehr. Das ist jetzt besser. Hörst du die Geräusche schön? Achso, die Geräusche. War schon lange nicht mehr in Settings. Audio. Background Music. Genau. Das fehlt mir da. Ich muss die immer erst... Background Music? Ja, die Music... Ach, die muss hier so laut. Nee, die ist immer auswendigeren kommen, obwohl sie auf 60, 70 Prozent ist. Aber ich mach's jetzt. Das ist ja schon laut. Nee, ist leise. Wart auf 50. Nee, Klasse so. Nee, fällt so. Meine Musik, ich find's schön. Ich bin nicht viel fällt. Der muss muten. Muten. Uh, ich hab grad grad einen Leck. Leck auch. Okay. Level loaded. Ja, level loaded, genau. Dann laufen wir noch denselben Weg eigentlich? Hm. Also ich wüsste nicht, wo du läufst. Aber ich lauf noch den Weg lang. Was ist denn das? Hier ist ein Wolf. Der jagt mich, aber der frisst mich, glaub ich, nicht. Oh doch, alter Vater, der beißt. Muss ich jetzt mal meinen Köter drauf schießen. Greifen wir uns an, oder? Ja, und wie? Jag mal deine Robbe da ruf. Warte mal, wo ist denn? Ich hab doch irgendwas zum Hauen, oder? Oh, der hat mich ja schön gefressen, schön. Lass die Hunde nicht machen. Siehst du, was meine Robbe schön weg magt? Oh, guck mal, den kannst du schießen. Guck mal. Du kannst ihn treten. Was denn? Lobst mal da jeden, bitte. Ich seh keinen. Ist er weg. Ich hab ihn weggeschossen. Hm. Okay, der Robbe hat den Wolf gefressen und ich hab ihn geschossen. Okay. Hm. Na gut, dann mal gucken. Der erste Leopard ist meiner. Ja, dann sind wir auf dem Beagle endlich los. Dann steht aber Leopard wahrscheinlich. Aber kann man, kann man Merere? Merere? Nee, ich glaub, du kannst nur ihn dich begleiten lassen. Ich hab schon Bilder gesehen im Discord von Leuten, die hatten Zehn. Den Beagle und den Leopard. Bin ja mal gespannt, ob der auch so schnell ist wie ein Leopard. Sind das nicht die schnellsten Landtiere? Eigentlich schon. Deine Robbe rennt echt seltsam. Oh, warte, lass dich mal wegmachen. Ja, sag. Ja. Ah, gar nicht steckt. In den Rucksack. Guck, wo ist denn der Kopf raus? Oh, da, 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 beim Rennen. Das arme Tier. Wir waren aber ohne nicht, oder? Doch. Sieht anders aus. Hey, komm. Ja, aber so hat nicht aus mit den Bergen und so. Oh ja, stimmt. Wir haben uns verloren, aber wir müssen den Weg rumgehen. Siehst du? Wir könnten doch... Ach, das siehst du? Wir können doch. Wir können doch... Ja, ja, ja. Wie war das mit Kuh, ne? Ich vergaß. Ja, drück zweimal Kuh. Drück mal einmal Kuh. Oh, cool. Oh, jetzt bin ich schon hier landet. Aber ich werde auch weiter hinrufen. Ist doch schön aus da oben. Aber hier ist noch Empty. Ist egal. Empty ist oma schön. Aber jetzt greifen die Wölfein also wieder an. Cool. Können ein paar mehr sein. Kann mir auch 82 nehmen. Naja, das sei noch zu essen bei. Wahrscheinlich... 240 Bären für 200 Kilo. Haltet? Bären? Fressen mal. Ne, halt nicht. Aber so ein Süppchen, oder? Ja, so ein Süppchen halt. Ja, so ein Süppchen halt. Salmon... Salmon-Dose. So eine Fischdose, oder? Geteilt. Gut, dann gehen wir jetzt... Ah, was haben wir hier? Fischer Village. Wollen wir da nochmal vorbeigucken? Wo bist du denn jetzt hingelogen? Einfach geradeaus. Ja, neben dir. Links bin ich. Links. Wollen wir nochmal zum Fischer drauf gucken? Können wir machen. Ob sich was verändert hat? Können wir doch machen. Vor uns erhebt sich majestätisch... ... das Schloss in Sichtweite. Sieht schon geil aus. Oh, weg bist du schon wieder. Na, goe hinter dir. Oh Gott, in einem anderen Spiel irgendwie. Wie hier denn das? Was hast du denn gespielt? Nee, so... Ich hab ne... Ich hab ne Pflanze gesehen und dachte, die musst du jetzt mitnehmen, aber... Für Äste. Kann sein, dass das Night of the Dead war. Bin mir nicht sicher. Oh, Fuchs. Hier ist nur ein bisschen rubbish. Waren die... Die ernsten Häuser schon da letzten... Oder nur hinaus? Nee, gibt jemanden schon da. Hier ist leer. Oh, da drüben sind Viecher. Komm mit. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich geh alleine. Da hinter dir. Ja, ja, ja. Ich war im Haus. Na, du hörst doch meine Schritte. Wenn du die Musik nicht so laut hättest. Ich hör meine Schritte. Ich will Musik hören. Ich will dich nicht laufen hören. Blattfüße jetzt hier rum. Hier war, was weiß jetzt. Da. Da. Kann ich ja doch hier. Guck, guck. Da ist jetzt hier. Ja. Bambino wollte ich gerade sagen. Albino. Und hier ist halt schwarzer Dunkel. Stimmt wie ein Wolf. Guck mal, wie jahrelang das Kaninchen, mein Beagle. Aber bellen kann er wie ein großer, der kleine Beagle, wa? Aber der Hase heißt Buck. Warum? Am Wildschwein ist der, was hier rumrennt. Greift er nicht jetzt auch an? Die sind, glaube ich, immer weggerannt, ne? Ich glaube, mein Beagle hat mich gerade gebissen. Was du auf dich gestellt hast? Aber ich bin dazwischen gelaufen. Oder das Kaninchen hat mich angenagt. Was heißt, ist Buck die Übersetzung für Kaninchen Bock? Ich heiße Kaninchen Bock und es nur falsch geschriegt. Gibt normale. Gibt normale. Das sieht aus wie das Kaninchen aus. Alles im Wunderland. Mit der Uhr. Scheiße, hab ich jetzt meinen Hund geschlafen? Das siehst du doch am Balken. Ich hab ihn schon weggemacht. Hier, oder? So, so, so. Na gut. Dann gehen wir die Straße weiter, weil dann kommen wir zum neuen Gebiet. Ruhig nicht. Aber. Ein bisschen. Wieso, bist du jetzt wieder hochgebrochen? Nee, ich geh jetzt durch den See gerade. Wir müssen über den See. Jetzt fahren wir über den See, über den See. Das ist ein langes Lied. Damit könnten wir die ganze Fröhre füllen. Okay. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Genau. Wo bist du denn? Im See? Ja. Im großen See? Bist du schon in dem See, ja? Also, hier sind ja zwei Seen, da wo das Fischerdorf ist, der See, und der See über die Straße. Ja, ja, der See, wenn Fischerdorf einfach rüber geht. Ich bin doch schon an einer Straße. Dann geh über die Brücke. Aber mein Oktopussy ist nicht mehr da. Nee. Meine Oktopussy ist weg. Er fliegt nicht mehr. Keine fliegenden Fischer. Schau noch. Scheiße, jetzt wird in den See hüpft. Kann man hier hacken? In den See hacken? Warum willst du in den See hacken? Das heißt, an See stechen. Ich schwimme. Keine fliegenden Fische. Ich will nur noch schwimmen. Das ist so beruhigend. Mit Bräuk auf Arbeit. Wo sind sie? Im Wasser. Ich schwimme neben der Brücke. Ich schwimme, Kollege. Wo bist du denn? Schon weiter? Auf der Brücke und Warte. Ja, ich bin ja schon weiter. Ich habe schon Moos angesetzt. Und ich flossen. Stimmt. Tag. Na, Moment. Oh. Das kennen wir schon, Alter. Da, da, da. Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Kennen wir auch schon. Lampen, schön. Kennen wir. Genau, wir wollen neue ziehen. Irgendjemand hat letztens geschrieben, dass bei ihm auch die Lampen nicht gehen. Wie bereits? Ich glaube. Wo drei Pfeiber aus einer Pflanze. Kommt jetzt sonst nicht immer nur ein Pfeiber? Ich weiß nicht. Ja. Mehrere Pfeiber. Aber die Stadt hat schwierig mit Looten. Kannst du zwei Mal Looten nehmen? Ich habe schon viel gelootet. Aber schon viel Pfeiber bei. Wo ist er? Biegeln. Wo ist er? Biegeln. Na, der macht noch verhaut. Na denn? Da unten ist noch ein Bär. Der ja auch nicht. Er hat meinen Hund hier. Ja, schickt ihn da runter, dass er auch noch den Bär hochkommt. Komm hoch. Der Bär sieht aus wie eine Robbe. Ja, alles sieht bei dir aus wie eine Robbe. Ja, glänzt damit so. Was soll ich denn machen? Alles sitzt hier links. Verliebte Rähchen, ne? Verliebte Rähchen, ja. Oh, ihr Grundsorhund. Der Bär, das ist auch noch ein Bär. Zwei Bären. Oh, Ena kämpft da hinten gegen irgendwas? Wahrscheinlich dein Hund? Ne, mein Hund hat eingepackt in den Rucksack. Na ja, der kämpft gegen den Hasen. Na ja. Egal. Hier, lieben sie sich gerade wieder, siehst du? Ah, ist vorbei. Oh, ihr stört. Die haben gerade die Köpfe zusammengesteckt und sich... Oh. Kumpel. Der Gunst. Er muss weg. Hahaha. Oh, dein Hund hatte zeitlich gesegnet. Das ist... Das ist die Robbe. Guck mal, die Robbe, auf einen Schlag. Aber der Tatsch zuckt noch ein bisschen. Das ist... Das ist schön mit dem Angreifen, ja. Mhm. Aber... Das ist kompliziert zu drücken. Alt und Vier, wenn du selber wegrennen musst. Eine Waffe wäre schön. Ich muss uns mal eine Waffe herstellen. Oh, hier kann er mir erst mal. Oh, Hundchen und Alt Vier. Oh, macht er weh. Töte ihn mal von hinten. Ich haue ihm ein bisschen auf den Schwanz. Guck mal, wie ich haue. Der ist nicht tot. Guck mal, jetzt darfst du wieder rauskommen. Ich habe für dich getötet. Und ich habe dich als Frau halt den Mann vom Bären beschützt. Mhm. Schön, ne? Danke, mein Schatz, für die Hilfe. Gern geschehen. Das ist mein Hund. Ach so, ich war schon viel weiter jetzt. Mhm. Das ist der Kick rettet ja eher minütliches Leben in Spielen. Vielleicht noch nie wird mitgekriegt. Ich bin immer für mich selber verantwortlich. Ja, ja. Hier sind noch mal Haare drin. Ich habe Haare auf gerade. Eine Hose. Ich habe auch Haare auf. Aber die Hose sind gleich. Ja. Zehn. Zehn. Oh, Hundchen. Vielleicht ist die andere hübscher. Warte mal, ich mache mich mal nackt. Zack. Nee, warte kurz. Ich muss mein Menü ausmachen. Nackt geht nicht. Kann man raus hier? Was ist denn das? Wahrscheinlich wird ja dieser Leopard im neuen Debiet sein. Ja. Wo bist du denn? Da. Ich freue mich schon ein bisschen. Wie oft du das schon in dem Spiel gesagt hast. Naja, wenn du immer weg kannst. Ich achte mal auf dich. Ich gucke immer schön, dass du... Ja, weil du sonst verloren wärst. Du wirst sitzen und euer... Nein, ich weiß wirklich nicht. Nee, dein Navi ist kaputt. Dein Navi geht nie. Ich habe eine feinere Pose an, wenn ich es richtig sehe. Hm, sieht aus wie so eine alte Mütterchen-Strumpfhose. Kick mal. Kick mal auf meinen Arsch. Wie es aussieht. Das ist wie eine Jogginghose. Aber die ist doch so feintrippig. Oh. Was sehen wir? Sehen wir schon einen Leo? Ja, aber... Ich dachte, ich sehe, dass sich die Bäume hier ein bisschen verändern, aber... Aber ich glaube, ich habe auch gelesen... Er hatte hier geschrieben, dass jetzt die Umgebung ans Wetter angepasst ist. Das heißt, wenn es windig ist, werden sich auch die Bäume im Wind bewegen und so. Die Körüle wird da auch neu. Darauf bin ich auch ein bisschen gespannt. Also Doppelwitter. Ja, ja. Laufen wir auch noch richtig? Ja. Ja, ja und ja. Und ja, also wir sind einfach nur... Ein bisschen Walking-Simulator heute. Na und? Aber wir wollen ja auch nur ein bisschen gucken, genau. Und dann können wir nächste Folge wieder was bauen. Ja, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ein bisschen weiter bauen. Mhm. Ich finde das Laufen in diesem Spiel, das Walking-Simulator oder so, finde ich nicht langweilig. Weil hier ist so viel anzugucken, sieht einfach so schön aus. Ja, für uns jetzt nicht, nee, aber hier ist nicht zum Zugucken gelitten. Ja. Guck, da sind schon Bananenbäume oder sowas. Ja, ist so dschungelartig, ne? Sieht schon geil aus. Komm, wir machen mal hier ein Bild. Die kennen wir ja schon. Achso, ich kann ja nicht rechts hier angucken. Können wir ja aus dem ersten Teil. Ja, aber hier haben wir ja auch schon. Ne, das war aber schönes aussuchen. Ich finde es unter diesen Bäumen hier schon irgendwie cool. Ja, ja, aber... Nein. Wir müssen hier irgendwo einen Weg lang gehen. Oder? Ist das nicht über Karte so ein kleiner Weg rechts? Ein Stückchen noch, ne? Ein bisschen ist noch, ne? Guck mal hier. Das sind hier Ruinen, oder? Jawoll, ja. Guck mal hier, sagt sie, und weg ist sie. Naja, einfach unter dem Weg. Ja, hier ist auch noch was. Aber hier sind die Ruinen. Die Deinschen und den Eingang. Aber ja, irgendwas brüllt mich an. Hier ist ein Eingang von den Ruinen. Ja, ich bin auch am Eingang von den Ruinen. Aber ich habe hier ein Tor. Irgendwas grünzt mich an. Hilf mir mal. Komm mal einfach mal zurück. Ne, hier ist geil. Ich will nicht weg. Ja, komm mal zurück. Komm du doch hierher. Nee, du bist doch viel weiter hinten. Aber hier können wir ein Bild machen. Jo. Ach, umschieben. Jetzt kommst du doch. Ja, guck mal. Ja, doof ist nur, dass man sich nicht umdrehen kann. Mein Leopard wurde er. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht. Mein Leo. Da ist er. Wie fängt man denn? Ich habe ihn schon. Das ist meiner. Ey, sag mal. Der erste ist meiner. Wie er schön ist. Aber ich kann leider von vorne kein Bild machen. Bin ich hübsch mit ihm? Ja, oder? Warte mal. Ja, guck mal. Ach so. Ja. Warte mal, warte mal. Kurz was. Doch. Ja, ist ein bisschen. Ist ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen heller machen. Ich bin. Bin ich. Es sind die Zweiten ist offen. 2, 3, 3, 4. Ja, genau. Hier. Hier. Was war hier? Plus und was? ich bin einfach nur haa hier war ich will nicht mit dem doofen leoparden auf dem bild ich will mit meinen deiner ist doof ich will meinen du kriegst keinen wenn ich keinen hab den geht da kaputt stell ihn da einfach irgendwo hin du kannst ihn doch stay hier und dann kommst du einfach rüber dann haben wir das ass in der mitte wie machen denn die leute dass sie sich von vorne fotografieren ich drehe mich immer um so warte mal ich stell ihn hier hin komm her da bleibst du stehen so er steht da aber ich kann ihn nur angucken leider das geht es nicht er geht ja auch nicht anders wie soll das gehen ja dass wir uns daneben stellen und ich von vorne das bild machen aber das geht nicht ob der vorhin und drück aufm auslöser und dann kommt sie wir sehen aus wie twins ja ne weil ich mir extra schwarze haare gemacht habe sagt bloß es gibt hier bloß ein schreck gekriegt hat wanderten schwein oder auch ein leo ein schwein hier ist ein lager könnte man was machen ja ich guck mal was ich brauch nix ich hab mal ein lager vorher nicht einfach nur wenn ich es kann und wenn der leo dabei ist hier war so ein weg führt er irgendwo hin ich hab ihn verloren den weg da hin geht zurück in die richtung ich hab ihn raus ich dachteΈестно nicht ich hab eine Oh fuck Oh je Wen bringst du mit? Oh, keinen Glücklicherweise keinen Ich bin immer noch im Lagerfeuer Komm mal, geh mal links lang hier Wo ich hüpfe Hier, komm mal her Hier, links, Frauen links, äh Männer links Jetzt rechts Ja, gerade, hinterm Feuer Geh mal da links hoch Geh mal links hoch Weiter, geh weiter Rechts, Männer rechts Stopp, links Stehst du dir noch davor? Oh, den heik ich sehr Aber da ist noch ein Leopard Ja, ich weiß Meins Oh, ich hab zwei Guck mal, wie schön der ist Kann ich da hoch? Kann ich ein Zehn? Nein Guck Halt Wenn ich jetzt da X drücke Er kommt nur in den Leopard Aber wie geht ein Guck Äh Oh, wie schön er ist Ah doch, doch, doch Sind schon in der Gruppe Oh, der macht nicht, wa? Oh, komm mal her, hier Vor ein Rüssel Vor ein Rüssel Dann mach ich meine Viecher mal weg Oder die Viecher auch mit Hauptsache, du bist vor dem Rüssel Sag mal Äh, Moment Warte, warte, warte Nee, wir machen sie weg Weil dann steht Ah nee Doch, doch Hauptsache, du bist vor dem Rüssel Und ich seh keinen Namen Warte mal, dann packe ich ihn hier her So Mensch, geht doch weg Warte mal Ich stelle den Leo Hier her So, jetzt stelle ich mich vor ein Rüssel So, jetzt sieht der geil aus Guck mal her Neben mich direkt Ja So Da, warte Muss gucken, dass er Wenn er den Rüssel zu uns schwenkt Der macht mich fröhlich Elefant macht dich fröhlich Ja, der ist berührend, wie der da so steht Warum bin ich so glücklich Den kann man halten Wo musst du den denn stechen? Na, ich wollte nur mal gucken Das ist eine bedrohte Tierart Alter Wenn das in der Mitte kriegt Dann haben wir die alle am Hals Greenpeace PETA Nabu Wir haben sie alle Alle Ey, warte mal Ich hab noch was auch gesehen Äh Krier 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 ist zählt Oh Der ist so ein Wie heißen die denn, die durch die Wüste ziehen? Beduinen? Mhm Die, die wohnen hier Beduinen Das ist ein Wassereimer Hier ist aber noch eine Höhle Jetzt hast du die schon gesehen Nee, ich weiß ja nicht, wo du bist Du wirst ja immer weg Im Zelt Ja Im Zelt bin ich Jetzt kannst du weg Weg runter Einfach am Bantyline vorbei Bin ich schon lange vorbei Ah, denn Dann bin ich wieder, wenn ich den Weg runtergehe Ist ein Skelett Skelett im Zelt Und Oh Schoolbox Garn Oh, Loot ist ein bisschen was da Das ist schön Box Nee, die Packs brauche ich nicht Lampe Oh, kenne ich auch nicht Da war hier ein Radio oder so Hat keine Ahnung Schön Search Skeleton Oh, man kann jetzt durchsuchen Die Skeleton Weil du ein paar Knochen brauchst Der hat eine Solarzelle in sich drin Schön Oder ein Paneel Ja, schön Schön Ja, wo ist noch ein Zelt? Die Bananenholende müssen noch Bananen abwerfen Zwei Zeltze Oh, scheiße Und safe Die Bananenholende machen Fiber Ausschließlich Bis jetzt schon Ah, wir haben unseren Speicherpunkt nie angefiniert Sterben ist keine Option Hier liegt eine Leiche In so einem Sarg drin Die hat noch Also Sieht auch nicht Leichentuch an Oder Keine Ahnung Cool Gleichen Ahnung Vielleicht voll, glaube ich Was trinkst du denn? Alt Ähm Hier war doch noch so ein Kannst du ungefähr sagen, wo du bist? Im Zelt So Wie es sich gehört Komm mit Mit drüben Hat der da noch so ein Tuch Also so ein Wie heißt das denn da? Gleichen Dingssache Das sieht ja hübsch aus Ich will ein Foto machen Wo ist meine Lampe? Eine Lampe? Also die hier F Dann lösen wir wieder einen Fall Das stimmt Schön Okay Sieht so schön hier schon aus Kannst du Party Lane mal sagen, dass man kurz zur Seite geht Und das Brennicken an Jetzt komm mit hier links lang Oh Shit Oh Kommst du runter Und dann drehe ich mal um Ach du Scheiße Was ist denn das? Hinter Da rechts an der Wand Was ist denn das? Hinter dir Hinter dir Hinter dir Das ist ja nicht so gruselig wie das hier Ach dir steht ein Hahn Kannst du mal Kannst du mal einen Leopard einpacken bitte? Ich komme hier nirgends durch Stell dir ein Danke Naja Was ist denn das? Ein Kronleuchter aus Knochen Ja Geh Ja hier ist ja geil Das stimmt Was sieht man so schlecht? Ja hier muss stehen bleiben Ja Ding der Lampe Zwei 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 Da steht noch einer Da hast du alles geile gemacht Hier kann man nur ein Skelett durchwühlen Ich bin auch nur eine Solarzelle drin Solarpanne Ein Zelt ist hier drin Kann man die Fackeln anmachen? hier hängen ja so eine dinge dann vielleicht vielleicht könnten wir uns hier ja können wir siehst du läuft doch warte mal wir erleuchten die anseeschichte ja das ist geil 1,2, ich noch mal 2 küsst du sie wohin? na einfach überall hin torchfire auf der 7 und auf der 9 das sieht ja auch geil aus jetzt wenn du jetzt hier in der mitte stehst dann siehst du wie das aussieht so ein bisschen also die hat aufgebaut das das ist schon schön die spinne rechts krass aber die bewegt ja nicht cool sieht voll schön aus ich mag es total ähm hast du die eingepackt gerade? du oder ich? ich will es nicht warte mal wo ist denn meine scheiß Facke? die gibt es nicht weiter ne? ne? okay leuchten oh totenköpfe an der wand deswegen geht es hier nicht weiter es sind überall totenköpfe alles voll die ganzen Wände sind voll totenköpfe guck mal hier krass was sie sehen hier hinten die Wände ja in Paris in Paris gibt es doch sowas irgendwie unter der Stadt ja da gibt es doch auch alles voll ich weiß nicht ob das von der Pest war oder ich habe keine Ahnung da war es auch alles voll totenköpfe gestapelt ich weiß nicht mehr was das war da bin ich jetzt da hat sich verabschiedet im Kopf da hat er mich behalten der Mann da ist nochmal so ne weiße mit mir Mele dahinter ich schau ein bisschen ich schaue mich hier ja hier ist Rattilein aber das war so viel entdecken hätte ich ja nicht gedacht ich habe auch gedacht das ist nur ein bisschen Dschungel und Elefant und Leo nur ein bisschen müssen wir hier rüberhüpfen oh warte mal ey aber meine steht jetzt nicht mehr gerade meine hockt wieder so guck mal ich habe Licht gemacht da sehen wir es schön weil es schräg auf der Treppe steht deswegen hockt es so schön war ja stimmt f die hört sich gut aus ok dann weiter oh guck mal hier spinnpaar und kriegen die Ohrherze ich muss noch ein bisschen beobachten da kommen lauter kleine Babyspinnen coming soon steht da geil geil das ist ja schön sehr schön also hier geht es noch weiter irgendwann wissen wir Bescheid Spinni-Lane ich finde das genau der richtige Punkt um hier Schluss zu machen coming soon coming soon dann beenden wir mich hier die Folge und gucken was uns noch so erwartet nächste Folge werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen bauen wenn wir zurück sind an unserem Bauplatz es sei denn wir entdecken noch irgendwas anderes also schön dass er wieder dabei warnt wir freuen uns aufs nächste Mal bis dahin haut da rin oh ehrlich ich schau euer Rücken